Ja und damit Willkommen bei ARK TOGETHER auf Valhalla! Wollt ihr jetzt schon mal die Antwort machen, dass da irgendwie nichts kam? Ja, nee, ich habe irgendwie Schwede mit meinem Aufnahmetour, ich könnte kotzen. Ich schmeiß OBS bald an die Wand, ey, jedes Mal wenn ich mit auf Aufnahme drücke, dauert das im Moment, bis es losgeht. Keine Ahnung warum. Das heißt, ich werde voll synchron Ärger haben. Ich, ja, technisch. Also ich glaube, dass mein CPU der checkt das dann in dem Moment nicht. Wenn es länger ausfahre, dann gibt es Ärger. Ich brauche falsch. Das ist Kakao. Hat du Brot? Ja, wie ihr seht, dank Keksi haben wir das Problem mit den Viechern wieder hingekriegt. Öh, Profi Cheater! Und jetzt. Verrecht. Da bin ich nicht in der Schnee. Ja, jetzt wollen wir noch ein Leck, das kommt auch gut. Jetzt wollen wir natürlich bauen. Hier haben die schon ein bisschen angefangen, die konnten wir ja nicht warten hier, die Mümmelmänner da hinten. Mümmelmänner! 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 Fiber! Ja, der andere hat da sein Mammut ja hergeholt. Ich werde bestimmt keinen Holzmännerachstern farmen, wenn ich bekloppt oder was? Was klebt es denn jetzt so? Dann werde ich Fiber farmen. Mit der Hand. Oh, ich hab so ein bisschen meine Grafik höher gestellt und ich leg das wie Sau. Hier, guck mal, so ein bisschen. So. So ein bisschen. Ach hier, der Arsch war das der gemein heute die ganze Zeit zu mir ist, ne? Dann fahr ich ihn jetzt aufs Wasser und lass ihn da stehen. Alter! Muss arbeiten! Penner! 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 Was hättest du vorher machen müssen? Foto, oder? Ich... er sheete mir den und schmeiß dich raus. Sie alle hier umstehen! So, wir grabbeln da mal ein bisschen hier. Faser. Mammut und Farbenholz und Faser. Und ich hab nur sicher. Ach so, alles klar. Jeeeee! Oh, man. Bäm. Leck. Jeeeee! Bäm. Leck. Ah! Ich hab rot, dass du euch allen lagst. Ich dachte nur... Ah, ich hab mal 8 Fs. Alter! Alter! Ich hab immer nur 8 Fs. Alter, Faser, das ist ja gerade wirklich schlimm. Ich muss mich wieder runterstellen. So schön das auch ist, das bringt nichts. Ja, keine Ahnung, wir haben auch voll die Monsterlecks dazwischen auf einmal. Das wär ja was los so ist. Ja. Oh mein Gott. Na, ich sollte mal vielleicht ein bisschen die Bodendetails ausmachen. Oder ein bisschen in die Mitte? Ja, ich kümmere mich um Nahrung. Ich kümmere mich um Nahrung. Das ist einfach nur ein bisschen gesammelt. Ich das Wasser zu machen. Ich kann auch graue ich aufpassen. Dann am besten die Spitzhacke nehmen. Ja, schon besser. Ich glaube wir waren zu doll auf dem Haufen. Hätte gleich am Ende wieder danach. Ja, dann habe ich eben auch. Alter wie man mutt. das war eben schon das war eben schon aus bei fuß ich hab ganz heldenhaften bodo getötet ja ich versuch's ich mach jetzt hier den schönen komm her perna hab ich sie getroffen? nein natürlich nicht irgendwas anderes getroffen? bestimmt da kommt irgendwie so ein riesenviech angelaufen giga kommt gleich so von der seite du da hab ich angst hier wo wir sind also ich kenn das gebiet hier nicht und wir stehen hier und arbeiten du weißt was da aus dem Wald kommt komm her du scheiß Schildi ich töte dich oh da weine ich ich wollte jetzt nicht mit deine mutter sprüche anfangen in der position bist du auch nicht ich weiß ja wie du das meinst das weiß jeder ich weiß ja nicht wenn du mich so anstellt ich hab mich so anstellt alter jetzt halt die Mädchen geht weg ich weiß ja wie du das meinst ist ja so Alter du spielst doch hier mitten in den Aufnahmen Pausen an dir rum nicht wie hier ich hab an den Einstellungen gerettet die legen mir ihr Worte die legen mir die Worte zu sagen ab ja du wolltest ja nur den besten Radiosender kriegen das war das Nibbelradio oder was? das ist ja furchtbar aber wenigstens hast du jetzt was was du in die Videobestellung packen kannst nee voll peinlich mit euch voll peinlich mit euch voll peinlich mit euch voll peinlich mit euch ist ja so voll assi tv also wir könnten jetzt auch eigentlich darüber reden über dieses Thema ich kann das aber auch normal reden wir werben uns jetzt bei RTL aha ich dachte bei Dr. Sommer aber ich überleg grad wie ich sie das letzte Mal gelangen hab die ganze Zeit nein das haben wir gesagt das machen wir nicht nein bitte wir können mal aufhören nochmal gemeint zu mir zu sein wir können auch mal gemeint zueinander sein nur weil ich das einzige Mädchen bin weißt du das sind Männer ey Kavi Arschloch ach halt die Fresse du Wichser ich hau mal in dein Viechgewicht ne mach mal ja du gehst in den Reißen stecken ganz fest meine Faust oh Freunde in Wien ja genau ja genau vergiss nicht eng ist ein Teefacher begriff ey vielleicht haben wir minderjährige Zuschauer gelassen ja was können wir dafür wenn du anders denkst ich rede von seinem Mund ja hallo was hast du denn schon wieder gedacht also bitte darf man nicht vergessen unmöglich also was bietest du unseren Zuschauern hier ja wir drehen das alles um ach Peksi ja das geht nur noch krümelmatsch der krümelmatsch genau der krümel ist ne ne alter was warum Können wir den Regen ausmachen? Nein. Ich kenn den Befehl leider gar nicht. Oh, ich hab grad Lexus wurde. Ich stell mich jetzt hier hin und bin traurig. Ich muss mal die ganzen Bären hier gleich rausschmeißen. Braucht wer Bären? Ein Brombeer? Brombeer. Braunbeer. Brombeer. Oder ein Eisbeer. Oh, ich hab den Witz gehabt. Pass auf, komm schon auf von rechts, da kommt ein Brombeer. Oder so ein Hübschraubbär. Oder eine Bärbö. Oder ein Treibär. Genau. Ein Bärbö gibt leider noch. Verdammt. Aber davon braucht sowieso jeder mal selber eine. Ja, die beschaffen wir uns auch gerade. Von daher. So. Ja, ich hätt's hier nicht hochladen müssen. Ey, ihr kleinen Penner, ihr habt mein Essen geklaut. Das seht ihr auch nicht. Ich hab nicht, aber wir können hier nix draufladen. Nö. Genau, deshalb sind wir auch jetzt hier. Wie groß sollen wir das eigentlich bauen? Solka. Auf der linken Seite, wo ich hier angefangen hatte. Ey, das kann nicht wahr sein. Also auf der Seite, wo ich angefangen hab, die Rand zu setzen. Da bis nach hinten ran. Da bis nach hinten ran. Wie viele Foundations sind das ungefähr? Ja, wollte ich. Also ich hab's jetzt von 19. So. Ich schmeiße es hier erstmal alles an Bären raus, was drin ist, außer die Narkos. Ich mach die ganze Zeit. Die Foundations sind schon fertig. Ich hab hier auch noch 10 in meiner Tasche erstmal. Ah, dann sind wir jetzt schon bei 29. Fahrzeug. Ja. Können wir jetzt noch ne Ladung Holz damit. So. Und so. Scheiße. So. Ja, sieht doch gut aus. Scheiße. Das Viech läuft weg. Sei so ein Schisser. Ja. Will ich doch nur umdrehen. Das tut nicht schön. Das tut nur einmal weh. Und jetzt häng ich zwischen zwei Bäumen frisch. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Das ist schon ganz lustig hier. Ich hab hier alles an Bären hingeschmissen und so, ne. Wir legen die ganzen Dinger und das hüpft die ganze Zeit. Ich hab's auch schon mal hingekriegt, dass die so alle so hoch geflogen sind und dann eingefroren. Ha, ha, ha. Kixi, es hinket nicht mehr. Nein, die liegen. Ja, ich lecker auch nicht mehr. Und immer wieder, dann liegen sie mal still wieder und dann hüpfen sie wieder. Die ganzen Kästen hier, oder. Ach, ne. Pfftons. Wo ist denn das Viech jetzt hingelaufen? Er schießt sich zur Not auch. Komm her. Das ist weg. Amok durch den Wald und meine Axt. Oh Mann, oh. Ich kenn's überhaupt nicht viele Binos. Ist das normal? Ja. Hier sind weniger. Ja, die Insel sind ja größer. Das darfst du nicht vergessen. Die Population ist leicht geblieben. Nur auf größere Fläche. Ja. Weil umso mehr Binos auf einem Haufen sind und umso mehr lag verursachen. Also bei mir lag das auch so grad ganz schlimm. Ich weiß auch nicht, was das grad schon fisch. Ja, ich hab auch ein bisschen Frame Drops immer wieder. Das wär ja scheiße. Ja, sobald ich nen Baum umknallt. Boah, ich flieg ja, ne. Ich hab 6 FPS. Ich bin 5. Wow. Ich hab ne 7 FPS. Den hab ich gequält. Der war stand bestimmt unter Atemschutz. Ja, bestrebende Bäume sind sehr, sehr gehalten. Ja. Oma muss nicht anders hinsetzen. Ich flieg durch die Gegend und so Futter. Futter, Futter. Aber ich bin nicht so viel. Oder ich bin blib. Ich hab mehr als genügend zu essen dabei. Oder beide. Was ist mit Essen? Was ist mit Essen? Ich hab mit dem Essen dabei. Achso. Ja, die fällt ja auch auf. Also ich müssen an Beeren alle in dieser Stelle. Was ich mir darf. Ich hab auch noch Fälzer. Ich bin jetzt auf so ne offenen Fläche. Hier find ich bestimmt was. Da sind schon zwei... Viertel. Aber die geben nicht so viel Fleisch. Das müssen wir hin. Habe ich damals als Kindler geguckt. Aber nicht lange. Ja. Wer denn nicht? Obwohl, ich mach so immer Fächerbarten aus Leonardo mit den zwei Schwertern. Nein, da fragst du was. Boah, nee, da müsst' ich nicht raten. Ah, ich kenn mich auch nicht nur so aus mit den Schwertern. Am besten war Mr. Spinter. War das nicht die Ratte? Ja. Genau, das wusste sogar ich noch. Oder Schredder. Schredder war, 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 war der böse, ne? Ja. Ich weiß mir nicht mehr was das war. Ja. Das war ein Mensch. Achso. Obwohl, es fragt würde ich. War das nicht ein Typ mit dem typischen Teil im Bauch? Nein? Nein, das mein... Weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich kenn mich nicht mehr aus. Ach komm, jeder kennt den Hammer Bösewicht. Gargamel. Ja. Der ist richtig böse, ey. So ein richtiger Sohn. Kennt ihr denn noch den Bösewicht vom Spinter? Von den, äh... Was wer hieß? Äh, ja. Nö. Leider, jetzt wird's hardcore. Ich hab das echt gerne geguckt, aber ich... Ich erinnere mich da nicht an einen Bösewicht. Es gab mehrere. Ich glaub, der, ich glaub der Gehilfe ist mies, ne. Das war der Gehilfe von, äh, ja, dem Oberbösewicht und von Schrei halt. Aber war das wie dies wie? Nee. Ja. War das echt? Oh, okay. Dies wie. Nicht zu versetzen mit denen, von Harry Potter. RUN AWAY! Ja. Oh nein, mein Tier hat den auszusehen gefressen. Gib mir sein Fleisch. Oh, schon eingefressen. Du bist ein Penner. Du hast alles gefressen. Du bist so ein Verfressen. Na ja. Bin grad noch nicht überlegen. Bin mir aber nicht einfallen. Wenn nur Schrei halt so ein Bies fliegt. Bisschen Holz und dann könnten wir schon... Darüberfahren. Was? Ist das schon wieder so heute? Äh... Wir können noch erstmal voll sammeln. Kann ich mich... Ich versuch's einfach. Das bringt nix mit voll sammeln. Irgendeiner verbaut das ja gleich immer. Ja, äh... Dackel hat ein paar Foundation gemacht. Aber... Ein paar? Da liegen 30 Stück drinne. Oh Gott, ich prügel mich. Da kann's doch nicht helfen. Wir brauchen ja auch Wände und sowas. Und dann gucken wir dann nach, wenn wir fliehen würden. Ist das reiche, dass wir uns was nachflüssieren müssen? Doch. 37 haben wir jetzt auch mit dem Reifen. Ja, platt reiten geht nicht. Ja, platt reiten geht nicht. Ja, platt reiten geht nicht. Was ist denn? Pass doch auf! Eines Tages. Hinterhält sich. Ja, vielleicht die PvP Event kommt wieder vor. Also... Du wirst eine Chance nach Kriegen. Ja, klar. Ich... Ich hab mir noch so viel eingefallen. Wenn... Ne? Also überlegt schon fürs Together... Also... Ja, da werden auch ein paar Sheets benötigt. So für Sonderevents. Ja, klar. Aber das sind dann auch wirklich Special Specials. Das sind dann auch wirklich Specials. Das hat Specials. Gerade dann, wenn nicht jemand so das Together prägt auf der Insel. Nee, absolut nicht. Also das sind dann wirklich so besondere Sachen. Vielleicht... Für unsere Folge 100 schon mal oder so. Neck. Solche Sachen. Oh, ist neck grad. Ja, deswegen guck ich gerade mal auf dem Boden. Also meine Späts hat sich die ganze Zeit entschwanken. Oh, sie schwanken mir durch die Welt. Verlässt sie doch. Ja, bei mir auch gerade immer wieder. Fangen sehen um. Ah, böse Bäume. Aber ist nur, wenn wir mit so vielen momentan hier am Ruhantieren sind. Also gestern im Single hatte ich fast keine Läge. Ne, auch nicht beim Bäume fällen. Also zwar nur mit der Axt, aber da war nicht los. Ja, das sieht doch schon ziemlich kahl aus. Nein, lauf nicht weg. Ich will dich doch töten. Ja, das könnte ich dir nachfaschen. Jetzt stirbt doch bitte einfach. Hm. Ich hab auch so den Baum gefällt. Wie gut war das? Fahl doch um. Das nervt mich nicht. Ja, du kannst ganz voll mit deinem hier Stachelband hier zufauen. Das machst du super. Hast du auf mich geschossen? Ja. Ja. Ja, die hat die geballert. Nein, nein, nein. Da fehlen war es nicht. Ja. Ja. Ich glaub, ich glaub, der Clary hat dann die. Ein bisschen. Ja, die anderen sind auch noch dran. Ich hab dir nie was getan. Die ganzen Narcos behalten wir, ne? Wer klaut mir da Bären raus? Was leckt der? Oh, wow. Sandpick. Der Haidalia. Oh, nö. Lass mich in Ruhe. Ah, nee, sah nicht so aus, weil ich so tief war. Ach, diese... Ach, diese... Was hast du gefunden? Ach, diese kleinen Mist. Was hast du gefunden? Weißt du, diese Libellen? Bambi! Ach, nee. Ach. Bambi sind toll. Ich will immer noch einen haben. Wer folgt mir irgendwie ein Vogel? Kann das sein? Nö, das sah gar irgendwie so aus. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ach, jetzt die Brücke, ich weiß. So, wir schmeißen hier noch mal alles raus. Ich glaub, äh, Fasern haben wir erst mal geliegend. Menge, Menge dabei. Bring mir mal das Fleisch, was ich besitze. Ist nicht besonders viel, ich bin keine gute Jägerin. Na toll, wenn wir alle wegen dir verhauen. Super schön mit euch! Nein! Okay, ich so. Pokémon! Natürlich sollte auch mal das Holz einpacken, weil es sich in den Schrank legen wir nicht hält. Jöhn so nicht überbewerten so so gemacht oben in Deutschland immer weg laufen langweilig also mein abzuschließen nicht so froh damit rüber was soll ich sagen meint es ach so du wolltest was haben und muss über oder verstehen das ist ja auch gestehen dafür aber ich kann übernehmen toll wer treffen kann ist klar im vorteil der grösse halten bei ihnen besser dran wieso ist er denn nicht sofort gestorben muss ich ihn erst abfall verdammte kacke in die weg gelaufen seid voll die angst habe ich habe doch nur geschossen das ist nicht schlimm tut auch nicht weh nein nein stürzt nur noch eine kugel ich bin der besten so ins Knie super jetzt sind sie verwundet und haben schmerz ich hätte sie ja gerne erlöst aber sie wollten ja nicht wir haben sie recht gehabt ja und sie hatten also mal so fristen ja weil nichts machen so wie Keksi oh wir haben zwei Filz, wir haben auch auf der Insel echt? wie interessant welches Level? weiß ich nicht, bin leider vom Anfahnden und hier links ähh die ist da hin der ist rechtszeug, der schwarze das ist ne ganz schön haireiche Insel ne? also so drumherum ja hatten wir die Foundations mitgenommen? ja ich oja, das ist schon schick ich hab nix zum teilen doch narkotik ihr wollt nicht den cera hier dann mach ich den fertig dann gib mir mal erstmal die die foundations ich wollte nur den kurz essen so witzig foundations ich wollte gerade sagen erinnert ihr euch noch wie ihr vorgetramt die allerersten die ich je getramt habe ist nach kürzer zeit wieder gestorben also größer als dodo ne bei mir war es das erste dodo dodo getramt und dodo bleibt wieder bei mir war das diese großen dacke keine normalen berries gerade drüben auf der anderen seite alles voll da sind zwei petradons also oh mann ey lass ich doch tüten boah ich hab was gesehen was viel besser ist und bis gleich genau und roben dachte ich wollte fragen hessels folgen oder so ja wo du das gerade sagst wo ich gleich okay dann das bisschen überlänge ich muss da auch erst zum airdrop und wieder zurück also geht es diesmal so um die 30 oh mein fisch frisst den scheiß immer wegen meinem fisch werden wir alle verhungern und die spaw und die ganzen bergerade ich muss mal wo ist mein vogel jetzt hingeflogen schade 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 ich hab den für den stein gehalten ich bin so ein tier liebes mädchen maximal könnte man jetzt mit einem mammut auf der hinsehe noch zu kriegen ein paar ach ja gut so viel ist dann ein paar seiten warte jetzt soll jetzt das essen braten ja ne wenn du ein campfire hast ja da steht auch eins hier bleibt nur kein holz glaube ich ist da noch was drin nein das ist schön weiß ich nicht aber was hier auf der karte sind viele wolfsrudel das ist schon mega geil dann ist es mal bei mir drin wow das verdirbt trotzdem gleich ich brauche ein holz ach wieder mal lecker das sollte ja eigentlich auch funktionieren wenn du bist da musst du dich nicht für entschuldigen da musst du dich das spiel für entschuldigen oh das ist ein Bronn du sollst mal mit dem aufnehmen eigentlich traurig ich nicht hier ist doch noch ein paar gerne vertraut werden ja den hol ich nur toll das fällt doch nur an wenn wir was zu spielen eins haben wir oder nicht eins haben wir oder nicht ja alter zieh das weich da rein το schweb gehe ich rein einfach mal runter nö au warte alter feuer entzünden so wo ist ich hinkommen hier ja was er ausreichend ist leicht ok hat sich auch nicht gelohnt irgendwas scheint vielleicht mit amort nicht zu funktionieren ich musste mir das mal angucken das war zum ersten mal auch so in der top vor ich jetzt gesagt und wofür das ganze die roten sind irgendwie ein bisschen partie die idee ich hier gerade nehme was er sich wieder heißt musste die pfarrer saurus ach die naja wenn ja auch nicht hin doch könnte hinhauen weil es war nur ein graues blubst du hast du heilige du hast den dienst getötet bisschen mehr beobachten ich habe in sein gesicht wo sein gesicht ist es nicht das liegt ja genau vor dir ich bin irgendwie in drinnen war im bronto geil alles weg ich habe das vielleicht gar nicht gekriegt ach so dann habe ich was gekriegt hier hinten ja oder hast du beide da hast du ja alle hier bin ich eigentlich nur eingeblendet werden wir können sie sich der herr 6 der hier lag auch noch einer ach so ja kann ein bisschen schießen gemacht warte ich gebe dir was nö packst du an was Feuer so jetzt fügen wir noch die insel reinpasst bei irgendwie passen bei mir auch nicht alle da rein das sind so zwei unterschiedliche fleischsorten oder so der ist tot die stecken sich manchmal nicht wegen der ähm verderbungsmacht also wegen verderben ach so ist ja gut und ausgenommen der bästchen ich habe jetzt ein bisschen viel fleisch hier und die vögel das erstmal rein ich brauche die ja deiner hat noch mehr aus sooo meiner hat Hunger und der hat doch genug gefressen von der Beute he ein kleiner Penner ja wir sind wieder am folgenende mit ein bisschen überlänge ganz kleines bisschen aber es hat sich ja trotzdem gelohnt und bis zur nächsten folge tschüss tschüss